Alter, da konnte ich nicht machen. Weißt du was? Weißt du was? Wir gehen den jetzt jagen mit dem Spy. Bist du dabei? Oh, yeah. Werden uns lieben lernen. Jeder und nie. Ja, genau. Ihr habt ja so viele Freude. Zweiten Punkt. Ja, ich jedenfalls nicht. Du bist ja der mit dem Reload. Wusstet ihr, dass Shetniks ein verdammter Relife ist? Dann ständig so tut, das wäre der... Der Gamer. Wäre das so eine Subkultur oder so? Das habe ich nie gesagt. Warte, ich zeig dir mal. Jetzt ist es schon da. Wirst du schon da? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Das sei mal gut auf dich. Ah, das ist auch. Ich geh ins Sniper holen. Oh, Silo, den hol ich mir. Oh, den hol ich mir. Oh, oh, da ist das ein Teleport. Ich hol mir diesen Sniper. Warte, bin gleich hinter ihm. Und dann gehört er nämlich mir. Sam Mainz. 3, 2, 1, Mainz. So, was denn? Ist tot? Ja, jetzt wo ich hier wäre, ist er tot. Oh, Medic für mich. Was ist das für eine Komotyk? Warte, schau, jetzt nehme ich den Sniper. Guck, guck, guck. Ich bin ein Realschüler, wie ich dachte. Warte, jetzt gehe ich das Zeug hacken. Schau mal, wie ein Profi. Warte, 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 warte. Alter, natürlich, ich will. Oh, siehst du, wie ich ein Profi bin, ne? Siehst du das? Oh, der hat, okay, hat's wieder. Der hat Angst vor mir. Schau mal, der hat Angst vor mir. Hast du Angst, kleiner Mann? Ich will ihn mal versuchen, mit dem Ambassador-Druck zu headshotten. Oh, er hat Angst, er hat Angst, Schäupt, ich hab's geschafft. Er hat Angst. Oh nein, Alter, ich glaub, immer rein, ne? Jedes Mal, wenn ich, ich enttarde mich, und keiner ist da, sobald ich mich nicht überlegen. Er hat Angst vor mir, er hat Angst vor mir. Warte, ich geh jetzt noch mal mit an. Warte. Soll ich ihn headshotten mit dem Ambassador-Druck? Mich dann unsichtbar machen. Ich hab's gemacht! Ich hab mir Angst gehabt. Oh, er wollte mit, mit, mit der Pisse um sich werfen. Weiß er echt, wo ich stehe? Er such mich, er such mich, er such mich, er such mich. Er such mich. Run, I'm coming for you. Oh, Silo, ich mach das! Ich mach das! Ich mach das doch nicht! Silo, Bred! Silo! Ja! Das ist einfach die perfekte Kombi, weil wir so hart am Limit operieren. Oh, ein Pyro, Pyro, Pyro! Komm, ich tun ihn mit. Hast du denn am Wasser, du? Ich versuch, ihn zu headshotten. Oh, verdammt, schieß daneben! Oh, ich schieß immer noch daneben! Komm, wir machen mal! Oh! Oh! Warte, da oben ist ein Solcher. Nein, ich will nicht. Oh, headshot! Headshot! Oh, ho, 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 ho! Headshot! Oh, ho, 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 ho! Oh, ho, ho, ho! Warte, wir machen uns wieder unsichtbar, wir gehen nicht mal jagen. So wie, so wie man die eigentlich, wie man eigentlich die spielen sollte. Ich glaub, ich glaub ihm, da ist ein, das ist ein böser Solcher, von hier, der vorgeteilt. kam kommt live ist da irgendwo eine sentry von dem ab der war nicht gut ich mache mich mal schnell und sich bei ich klotz mal schnell ja das ist eine sentry oben auf dem turm ich bin gerade mit dem kinderwissen sphorn ich darf jetzt hier im gang halt sein Spire Scout wenn er das nächste mal runter geht ruhig mir deine sentry st vor allem auch so wie eine level 1 sentry auch und pass auf warte warte ich helfe ich helfe wir wollen wo ist es einfach nicht mehr Ah, was? Ey, das ist der Heck. Ich glaube, das ist der Heck. Ey, das ist einfach ein böser Kleiner. Ey, der Käpt'n unser Ding ist da. Und die Luft, die wir jetzt machen. Und sobald wir nicht mehr... Kombo, der bei Jahrhunderts Jahrhunderts sind, heute wären es 40 Minuten durch. Oh, ein Headshot hat er gekriegt. Das ging schnell. Boom, so der war. Also nur, dass du zwei... Oh, hab mich weggespringt. So, losgehen. Hoppla. Ich bin behind you. ne, wir schleichten mit Denz runter. Die müssen es liegen. Den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den Okay, da satisfags Federalcom could up to the front. incr datenlушки die 1900Д Volk f petit Newark auch nicht Character Holung die der Verfolgung wird die Götze drückt was auch das nicht mehr nicht sehen oder will einer Medikation was dann bisschen zurückkommen ich kann nicht ständig zu stellen da kommen von mir die offen wie wenn du dich am Arsch gerade an der an gewissen Stellen kommt aber nicht hin weil ich will den Heiligen was er bürsten und so kommt es weg die Sendung ist so war die Anomalyse bei der ich sammle alles und dann wenn ich voll bin dann und der war war nicht zufrieden oder wenn ich nur Jungen 9 war der Warte war ich bin gleich gut und das war ja mal aber man glaubt Gott in der Welt ich bin gleich voll noch ein paar von heute mehr und dann sind wir über ready also nicht wollen eigentlichen das sind links dem Moment ok der Zilu ist ready go 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 so lange noch kein bei uns ist los 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 ja meine Freunde ja schön da ist einer runtergelaufen hinter dir der ist gefleut komm fly with me komm fly with me ja 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 ja